Ich bin Alexandra Lechner und bin Fotografin in Frankfurt, mache schwerpunktmäßig Corporate Fotografie und da fotografiere ich vom Mitarbeiter bis zum Vorstand alle. Ich finde es immer ganz toll, diese Menschen dann innerhalb dieser kurzen Zeit, mit denen ich dann zu tun habe, es sind ja manchmal nur fünf Minuten, da so ein Stück Vertrauensatmosphäre zu schaffen, aber ich versuche auch die Person so ein bisschen zu locken, dass sie sich etwas öffnet. Ein zweiter Schwerpunkt meiner Arbeit ist das Dokumentarische, auch da im Fokus der Unternehmenskommunikation, Geschichten erzählen, Storys vom Unternehmen einfangen, auch mal unter die Maschine kriechen oder hinter den Schreibtisch. Wie kommen Menschen und Architektur zusammen? Also man muss immer gucken, welchen Winkel nehme ich, welches Licht ist gerade vorhanden und so ergibt sich eins zum anderen irgendwie. Also ich finde, das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich, außer dass es eine eben Menschen sind, mit denen man auch kommunizieren muss und bei Architektur ist es andersrum. Da versuche ich den Zugang zu finden und zu verstehen, was der Architekt oder die Architektin sich dabei gedacht hat. Es gibt noch eine zweite Sache, in der ich unterwegs bin und viel arbeite, das ist meine Tätigkeit als Kuratorin für Fotografie, was mir wahnsinnig viel Spaß macht und letzten Endes auch für meine eigene Fotografie immer wieder Inspiration ist und ein tolles Netzwerk aufbaut.